So, und weiter geht's. Heute in diesem kleinen Clip geht es um Gold und Silber. Und was bleibt noch? Dann bleibt noch irgendwie Eurostox, MDAX, DAX, Stenpour, Nasdaq, Dow Jones, also weitere 6. Aber heute jetzt hier geht es mal um Gold und Silber. Und ich mache das gleiche wie bei den Vorgängern. SDAX, DaxDAX stehen hier schon drin. Ich fange mit dem Monat an. Das ist also jetzt seit 2000. Das war eine schöne Bewegung hier von rund 300 hoch. Und ihr seht, das hat immer so einen Top hier oben um den Bereich 2000. Das ist die große Frage, nehmen wir es raus oder nicht? Also auf Sicht von mehreren Monaten, das dürften also bis zu 6, 8 Monate sein, sehe ich das weiter hier oben. So im Bereich an und über 2000. Eher über 2000. Das ist die große Frage, was macht es hier? Aber ihr seht auf Monatssicht, wie das immer abverkauft wurde. Hier, ich mache es mal größer. Ein Doji an einer ganz blöden Stelle am All-Time-High. Hier ein Shooting Star. Also das gibt auch auf Monatssicht, immer mal draufschauen, immer schöne Signale. Aber auf Monatssicht ist das okay. Die Woche hingegen sieht ein bisschen anders aus. Und zwar bekomme ich hier zwar eine Stabilisierung auf hohem Niveau, aber hier nähert sich ein Verkaufssignal. Das ist noch nicht da. Wir hatten, jetzt muss ich mal schauen, hier zum Beispiel hatten wir sowas auch. Das kann dann, guckt mal hier, wie das das war. Wann war denn das? Das war 2019. Von hier sah auch fast so aus. Dann waren wir bei 1344. Und bis es dann kam, hier, waren wir dann bei 1560. Also das ist noch kein fertiges Verkaufssignal, aber es ist zumindest so eine Geschichte wie, naja gut, sollte man hier ein bisschen stoppen. Also auf Wochensicht gefällt es mir jetzt momentan noch nicht so, würde ich keine neue Long-Position eingehen. Und jetzt machen wir den Tag. Hier ist er. So. Also. Wir haben eine schöne Aufwärtsbewegung gehabt. Eingeleitet durch diesen Hammer hier am unteren Band. Wann war denn das? Das war am 3.11. von 1616 hoch auf die, wo war denn der Höchstkurs? War hier 1823. Wir haben, und ich finde, das gilt immer noch, so ein Doppeltop einmal, zweimal. Wir sind da nur ganz wenig drüber. Mal 20 Punkte. Aber das ist es auch. Wir lösen uns nicht von der 200-Tage-Linie, aber wir setzen auf die 20er auf. Dass die 20er die 200er nach oben kreuzen, nehme ich zur Kenntnis, aber nicht besonders ernst. Das kann dann auch sowas hier werden. Also da, weiß ich nicht, es gibt ja diesen Golden Cross, das ist einmal ein Hunderter durch den 200er. Und dann sehen viele Leute das auch als 50er durch den 200er, wie dem auch sei. Auf Tagesbasis muss ich sagen, es verbraucht sich hier ein wenig. Das ist das Erste. Und es gibt auch ein kleines Verkaufssignal über den Oszillator. Das ist für mich so eine Art Flagge. Hier so eine Seitwärtsbewegung. Wichtigster Make-or-Break-Punkt ist für mich dieser Bereich hier. Das war einmal Widerstand, zweimal Widerstand, dann sind wir durch, wieder aufgesetzt. Und das ist der Bereich zwischen 1730 und 1735. Wo liegt da denn 35? Wenn ich jetzt den Monat, den ich als positiv verachte, sehe, aber der halt wirklich Monatswirkung hat und dann die Woche, die mir nicht mehr so gut gefällt, muss ich davon ausgehen, dass wir vielleicht doch nochmal hier runterkommen. Nochmal auf diesen Bereich von 1750. Also jeden Long, egal mit welcher, also die Basis, sagen wir es mal so, die Basis würde ich nehmen, kein 1700er, weil das kann man eine schnelle Bewegung machen. Dann, sowas hier zum Beispiel, runter und dann hoch, die muss irgendwo hier unten liegen bei 1680. Stoppen sollte man sie allerdings schon bei 1710. Das mal so, also ich nenne ja hier keine Scheinenden in diesem Film, aber das müsste man ansehen. Wenn wir hier drüber gehen sollten, 1826, was ich im Moment nicht sehe, also nicht für die nächsten drei, vier Wochen, dann kann man auch eine Basis höher nehmen, hier irgendwie 1725er, sowas in der Art. Im Moment glaube ich, es kämpft ein bisschen, es ist eher leicht negativ, aber die Betonung liegt auf leicht, ja, so 1750, 1740 mehr nicht. Ich habe kein frisches Kaufsignal. Das Überbieten von diesem Doppeltop hier ist mir zu wenig und es wird auch immer wieder abverkauft. Hier geht es mal drüber, zack, abverkauft, dann weiter abverkauft. Und also, jetzt gibt es da irgendwie so eine Saisonalität mit Indien und so weiter, aber da gebe ich nicht so viel drauf. Ich glaube, diese ganzen Saisonalitäten, die wurden diesen Jahres eines Besseren belehrt. Aber grundsätzlich, ich mag das Gold, ich sehe es auf Sicht von sechs bis acht Monaten eher an der 2000 als an der 1600. Aber ich muss davon ausgehen, dass man für einen Long einen besseren Einstieg bekommt, irgendwo hier. Nochmal in diesem Bereich um die 1730 bis 50. Im Moment, heute hier und jetzt, würde ich es nicht kaufen. Nochmal, Monat sieht klasse aus. Woche neigt zur Vorsicht und Tag. Das muss ich erst mal wieder abbauen. Aber grundsätzlich bin ich recht positiv fürs Gold. Also weiterhin, also auch eine 2000, dem Jahr, das sollte man eigentlich schon mal sehen. Wenigstens eine 2000. Und damit wären wir beim Silber, auch auf dem Monatschart. Wir haben also von dieser Bewegung, die wir ja hatten, von rund 12 hoch bis zu 29, haben wir das 61er gesehen. Wir sind unten ans Band. Wir hatten hier sogar einen Hammer. Der wurde aber dann gleich wieder abverkauft. Auf Monatssicht, vor dem Blick von MACD, alles positiv. Oszinator positiv. Rechne ich, dass wir so auf 6, 8 Monatssicht die 30 nochmal sehen. Mir gefällt das eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Wir sind jetzt hier an der 20 Monatslinie. Die 200 Monatslinie haben wir überboten. Also auf Monatssicht gefällt mir das ganz gut. Gucken wir mal auf die Woche. Da sieht es, glaube ich, auch nicht so toll aus. Ich nenne das mal hier Konsolidierung auf hohem Niveau. Auch genau wie im Gold, noch kein Verkaufssignal. Wo sind wir denn da? Da sind wir bei 90. Das ist eine schöne Aufwärtsbewegung jetzt hier gewesen von, wo war das? Das war bei 18, ne? Ja, 18 hoch bis zu fast 4, oder ein bisschen sogar drüber über die 24. Das sieht okay aus. Das ist in Ordnung. Aber schreit ein bisschen nach Pause. Das ist schon viel für Silber hier, so eine Bewegung. Wir haben hier, haben wir dieses Gap geschlossen. Das haben wir punktgenau geschlossen. Das war das Gap vom 19.04. Also von der Woche des 19.04. Das haben wir punktgenau geschlossen. Chart ist sauber. Aber halt schon so ein bisschen verbraucht. Und jetzt auf den Tag. Tag, Tag. So. Hier ist der Tag. Das ist jetzt hier so eine Geschichte. Da ist nichts klares zu erkennen. Ich mag es mehr, wenn es schön tief ist. Man kann es hier lang, kurz, kurz. Oder hier lang, kurz, kurz. Sowas gefällt mir. Das hier auch. Lang, kurz, kurz. Die Dinger gefallen mir. Hiermit kann ich überhaupt nichts anfangen. Gar nichts. Und wir haben ein sehr frisches Verkaufssignal über die Slow Stochastic. Von daher gehe ich jetzt mal davon aus, dass die nächsten drei, vier, sechs Wochen eher nochmal in den Bereich 22, vielleicht sogar 21 gehen. Aber da der Monat so positiv ist bei mir, rechne ich damit, das ist so mehr oder weniger die letzte Chance, um da nochmal reinzukommen. Also so einen kurzen Schwenker, eine Pause, die erfrischt. Hier auf diesem Bereich, auf das 50er. Hier eben als Widerstand, Unterstützung, Unterstützung, Unterstützung. Auf dem Bereich nochmal gehen, auf die rund 21 und dann von da aus den Weg zu suchen bis zu 30. Also grundsätzlich finde ich es in Ordnung, aber ich glaube, man muss dem jetzt nicht hinterher häkeln. Da hat man einfach noch ein bisschen Zeit. So, und jetzt muss ich mal gucken, was ich als nächstes mache. Ich wünsche euch was.